Niemand überholt mich! Nein, schieb mich nicht weg! Nein! Den hab ich engagiert! Ja, ja, toll! Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. 8 Deluxe? Wie heißt es überhaupt? Fast hat's geklappt! Hier auf Katze, heute zusammen mit L-Girl. Wir spielen im Panzer Cup. Sie ist auf der rechten Seite mit Donkey Kong und dem Moped und ich mit meinem Bären-Auto und Baby-Luigi. Und los geht's! Natürlich dachte ich Folge 1, ich muss Donkey Kong nehmen. Was anderes gibt's gar nicht. Ganz genau. Wir spielen mal querbeet einfach immer wieder mal einen Cup. Also unregelmäßig kommen die Mario Kart Videos hier von L-Girl und mir. Aber wir hoffen, dass ihr eine Menge Spaß haben werdet. Guck mal, wie Donkey Kong sein Fußball-Drifton runternimmt. Der hat nachher ganz dreckig den Fuß. So, pass auf, ich melde mich wieder, wenn ich... Jetzt, 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 jetzt! Geil! Oh, da müssen die Füße aber brechen, wenn du das machst. Ja, Feuer unterm Fuß hat der Donkey Kong da. Hey, der hat mich hier abgeschossen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich muss los. Wir spielen übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt haben, in der 150er Motorklasse. Also ganz schön schnell. Die sind sozusagen auf der Autobahn der Kumuweide unterwegs. Und L-Girl hat hinten die Antenne, damit sie auf der Spur bleibt. Hey, das klingt so, als ob ich sonst nicht auf der Spur bleiben würde. Wir beide wissen ganz genau, dass es vielleicht nicht immer der Fall ist. Ja, aber da kann ich jetzt, also bei der Strecke kann ich jetzt nicht so arg runterfallen, also so oft meinen. Ja, ich bin nicht. Da hätte ich sie nicht gebraucht. Aber bei so manch anderer Strecke werde ich sie brauchen. Aber guck mal, es sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Ich kann jetzt nicht... Oh, ich werde mich da abgeschossen. Donkey Kong gibt Gas! Jetzt, 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 letzte Runde für mich. Jetzt geht es nochmal richtig schön um die Wurst. So, mal gucken, wen ich erwische. Und, wo mir ist, wer ist es jetzt, wer ist es jetzt? Und, oh, schade, ich bin erwischt. Quer durchs Gras fahren! Oh, noch nicht auf die Bande. Gleich erst, vielleicht bin ich auf dem ersten. Oh, überall kühl. Kann mal jemand diesen Baby-Luigi aufhalten? Ich bin doch nur Zweiter. Hey, ich bin Sechster. Hey, Banane! Und... Ich werde den noch überholen. Ich werde den noch überholen. Ich werde den noch überholen. Jetzt, ich sehe wieder den. Hey, das ist voll gemein. Ich war die ganze Zeit so gut. Und Jens? Oh nein! Oh! Oh, 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 oh! Gas, Donkey Kong! War das klar? Ach, Mann! Jetzt, komm, komm! Sechster kannst du noch werden. Nein! Doch! Doch! Oh! Oh, gut gemacht! Dankeschön. Aber ich war die ganze Zeit Vierter. Ja? Ja, voll unfair. Na, dann schauen wir doch mal, wie es im nächsten Rennen laufen wird. Marius Piste. Game Boy Advance. Kennst du die Schrecke? GBA heißt Game Boy Advance. Ja. Nee, die kenne ich glaube nicht. Die gibt es glaube ich nicht in Mario Kart Tour. Nee, das nicht. Ich kenne nur Mario Kart Tour. Die Schrecke. Das wissen ja auch alle, die im letzten Livestream im Winter, in der Wintersaison waren. Im Winter. Die wussten ja, dass du Mario Kart Tour spielst. Boah, weggeboxt. Ja, siehste mal. Boah, Donkey Kong ist noch Zweiter. Mal gucken, wie lange... Hey! Und tschüss! Wir sind nicht bei Mario Kart oder bei Box Autorennen. Boah, Mario Box Auto. Wie kommen die Kurse bitte. Bitte schießen, bitte schießen. Oh nein! Yes! Tschüss, Luini! Boah, schon wieder wurde ich abgeschossen. Alle schießen mich ab. Ey, aber ich fahre echt Slalom hier heute. Komm, komm, jetzt überhole ich dich als nächstes. Boah, die Items vor der Nase weggeschnappt. Ich fahre kurz rückwärts. Wir fahre kurz langsam. Boah, überall diese... Wie nennt man denn die? Ich wusste mal, wie die heißen, diese Hütchen von den Baustellen. Die Pylonen. Pylonen. Oder Kegel. In Curvy und das Vergessene Land sagt man immer Kegel dazu. Einfach nur Kegel. Boah, da kam ein Scheigei von links bei mir. Ja, ich habe ein kleines Problem hier hinten. Ich bin Neunter und ich sehe nichts. Oh nein, was machst du? Die ist alles dreckig. Was machst du? Oder was hast du gemacht? Boah, so nah nicht. Bei mir ging alles schief. Banane auf 3,4 und 9 war da. Auf 3,4 und 9? Auf 3,4 und 9. Jetzt komme ich mit meinem Tobokest. Ich bin gerade Erster. Was? Ja. Achtung. Wir müssen einen Stachelpanzer zugeschicken. Hey, da war dein Bruder, da war Baby Mario. Und so warst du mit dem ersten Platz. Ja, warte, warte. Ich bin schon Siebter. Achtung. Oh, der Scheiger hat mich auch noch überholt. Jetzt komme ich, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Jetzt, es wird deine Runde. Letzte Runde. Hey. Oh, da vorne, ich sehe dich. Heißes Duell mit Baby Mario und Scheiger. Ah, ich habe ihn geholt. Ey. Ey, das ist so gemein. Von hinten. So ein Schummler. Erster Platz. So ein Schummler. Nein, ich habe fair gespielt. Ey. Voll toll. Ich bin 50, ich mache es so gut. Yes. Jetzt komme ich erst mal ein Stachelpanzer für dich. Nein. 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 Ey, Donkey Kong, ich wollte sagen, Luigi, zieh den Fuß ein. Zieh den Fuß ein. Zieh den Fuß ein. Wir brauchen Gas. Oh nein. Hallo. Komm, 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 ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch. Ich werde noch Erster. Einfach abgekürzt. Quer, quer rein. Bäm. Ja, ich bin Erster. Ich bin Erster. Nein. Oh, voll gegen den Reifen. Toll. Oh. Bitter noch. Habt ihr gesehen, wie knapp das bei mir war? Tja, also ich nicht. Ich war voll und ganz bei Donkey Kong. Aber ich glaube es dir. Aber noch ist alles offen. Ja, ja, aber jetzt kommt wieder eine Strecke, die ich nicht kenne. Auf dem Nintendo DS der Cheap Cheap Strand. Ja, auf dem Handy sieht es ein bisschen anders aus. Du hast den Fischen noch keine Spitzen angegeben. Ah, ja. Mal gucken. So etwas kommt spontan. Ich kann mir sowas nicht überlegen. Aber ganz kurz, in Mario Kart 2 gibt es die Strecke. Ja, eben. Da gibt es eine andere Cheap Cheap. Cheap Cheap Schrecke. Ja, Cheap Cheap Schrecke. Eine Schrecke. Eine Schrecke. Eine Schrecke-Schrecke. Oh, ja, ja. Eine Schrecke. Mein cooler Schirm, mein cooler Bobster. Oh, voll gegen die Platze. Ich bin gerade fast aus dem Auto gefallen. Ey, gut festhalten. Ja. Achtung. Aber Babys sollten eigentlich noch nicht im Auto sitzen, so wie Baby Luigi. Das stimmt. Aber Affen sollten auch nicht auf dem Moped fahren. Hat Donkey Kong einen Führerschein? Donkey Kong hat einen LKW-Führerschein, aber der hat keinen Moped-Führerschein. Ja, ja, ja. Er hat einen LKW-Führerschein. Und was fährt der Bananenladung hinweg? Ja. Aber wie gesagt, er hat keinen Moped-Führerschein. Ja, ich liege jetzt hinten. Ich muss Gas geben. Ich habe auch keine Items. Ey, wie bin ich denn gefahren? Vorne bist du. Oh, tschüss. Ja, danke. Oh, wird mich da verbrannt. Oh, da kommt auf jeden Fall einer von hinten mit so einer Pflanze. Oh, ich werde die ganze Zeit verbrannt. Ich aude, ich werde mit Schwellen, also mit Wachepanzern ab... Nee, ah, Schildkrötenpanzern abgeschossen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt, jetzt fuhre ich mir. Und Achtung, ich habe eine rote. Er kriegt sie ab. Achtung, voll die Banane ins Wasser geworfen. Es bleibt spannend. Und? Hier eine Runde zwei. Ich nehme die Abkürzung ins Wasser. Frank der Krebs habe ich getroffen. Au! Frank der Krebs? Ja, und voll. Frank der Krebs hat mich mit seiner Schere getroffen. Frank der Krebs. Ja. Oh, man ist knapp. Okay, achte, achte. Du bist direkt vor mir. Ja? Du hast mir die Items geklaut. Nee, du hast doch welche. Ja, ja, schon. Ich musste aber eine extra Strecke dafür fahren. Oh! Okay. Bei mir läuft es ziemlich gut aktuell. Ja, das freut mich. Für mich nicht so. Du musst mir Minzen sammeln, dann fährst du schneller. Ja, ich kann nicht auf alles achten. Das geht wirklich gut. Nur ein Tipp. Nee, ich fliege. Ich bin Dritter. Ja, ich bin Dritter. Ui! Guck mal, mein cool Schirm. Okay, Konzentration. Und volle Kanne. Voll kauf raus. Boah, voll den Schei geil mitgenommen. Sehr gut da umgekommen. Da vorne ist ein Pfeil. Hoffentlich ist richtig meine Grüne. Oh nein. Oh, da war Frank die Krabbe. Frank die Krabbe. Oh, ich... Oh, nee. Da war Peter die Palme. Peter die Palme. Ja. Und da bin ich voll mit meinem Moppet hängen. Okay, ich bin gleich da. Aber du bist nur dicht. Ey, nein. Du bist dann wegen Hell. Warum haben wir mich... Aua. Warum haben wir mich angegeholt? Ja, gute Frage. Ich bin jetzt gleich im Zieh... Oh, Stachelpanzer kommt, Stachelpanzer. Sie sind sie. Ja. Die alle schießen nicht ab. Ich bin so gemein. Du bist noch Sechster. Komm, du bist noch Siebter. Das ist so gemein. Oh nein, komm. Siebter. Siebter ist drin. Oh Mann. Und er hat sich selbst abgeschossen. Und ich war so gut. Mann. Komm, eine Runde hast du noch. Ja. Also ganz kurz, ich kann nichts dafür. Ich hab dich nicht abgeschossen. Du kannst nie was dafür. Nee, das war wirklich so. Nein, das stimmt. Ja, ja, ja. Es lag an Peter, die Palme, an Frank, der Krabbe und an vielen anderen, die mit uns auf der Straße unterwegs waren. Und jetzt sind wir auf der A8. Auf der A8. Richtung. Ähm, Ali Glasterhausen. Okay, noch nie gehört. Ich dachte, es kommt sowas wie Frankfurt oder sonst was. Nein, ich wollte mir so eine Fantasiestadt überlegen. Okay, wie heißt die Fantasiestadt? Ali Glasterhausen. Ali Glasterhausen. Klingt sehr schwäbisch. So. Hey, gibt es nicht Ali Glasterhausen? Ja, ja. Aber ich meinte Ali Glasterhausen. Okay. Ich muss mich kurz konzentrieren. Oh, okay. Ja, ich fliege. Oh, es hat noch eine LKW ausgerichtet. Oh nein, ich stecke. Ich bin Öster. Tschüss. Okay, ich muss jetzt Gas geben. Ich war aber auf der linken Spur unterwegs eine Weile. So. Auf der Überholspur. Oh nein, oh, Vollcrash mit dem LKW. Ja, ja, das ist gefährlich hier. Ja. Auf der A8. Auf der A8. Ich habe inzwischen gewechselt. Ja, wo bist du? Ja, ja. Ich bin inzwischen auf der A7. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wo du rumfährst. Aber ich bin auf der A7. Ich bin jetzt auch auf der A7. Ich bin auch auf der A7. Ich bin auf der Überholspur. Und nehme hier die Schanze. Wiu. Wiu, fliegst du hin? Ja. Okay, aber jetzt überhole ich dich. Achtung, ich bin auf dem Weg. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, ach so. Ich habe die Windschule. Zieh, zieh, zieh. Oh nein. Wie fährt Donkey Kong? Ich bin einmal gegen die Leitplanke gefahren. Gib Gas, Donkey Kong. Ich hube jetzt. I have a3. Und überholt. Tschüssi. Komm. Wo ist jetzt los? Donkey Kong, Gib Gas. Ich habe schon wieder eine Bombe für dich. Oh, Moment. Oh, ich wollte jetzt auch noch mitgenommen. Oh, ich wollte den Bus. Und so. Alter, vorne bist du. So, ich muss ihn noch rausfinden oder bist. Bombe. Nein. Du bist so gewalt. Oh, ich bin voll gegen das Tag. Richtig gewalt. Der schiebt mich weg. Der schiebt mich weg. Der schiebt mich weg. Geil. Ich habe gar keine Chance mehr gehabt. Ich sehe Baby Mark. Mario, wo bist du? Wo ist Baby Luigi? Ich bin auf dem 5. Ich bin auf dem 5. Ich komme, ich komme. Oh. Jetzt komme ich weg. Ich bin wieder an der Wand entlang. Ich kann nur Mopids fahren. Ja, ja, ja. Ich war da auch schon verliebt. So, jetzt hier. Ja, okay. Oder Teddybären. Ich bin jetzt hier auf der linken Seite. Gleich siehst du mich. Banane. Ich fahre jetzt den Berg da hoch. Echt den Berg da hoch? Die Schanze. Die Schanze. Nein. Ich habe voll dagegen gefahren. Die Gelaste gefahren. Das habe sogar ich gesehen. Echt? Nee, 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 nee. Jetzt muss ich Gas geben. 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 Komm, gleich treffe ich dich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir nehmen den kürzeren Weg. Oh nein. Jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben. Da vorne, da vorne. Oh nein. Oh nein. Ich habe gewonnen. Ich bin auch dritter geworden. Boah, ich dachte, du hast den kürzeren Weg genommen. Dachte ich auch, aber Shy Guy hat mich ausgetrickst. Shy Guy hat den Turbo gezündet. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh je. Wir schauen uns mal die Highlights an. Unsere Highlights. So, was haben wir? Ich habe erstmal gehoopt. Dann kommst du. Boah. Ich bin der Shy Guy vorbeigezogen. Und hier deine Füße. Au, au, au. Das brennt. Das brennt. Donkey Kong muss jetzt erstmal Füße waschen gehen. Dann kommst du von hinten. Oh, Vollcrash. Aber echt. Oh, wie wies. Oh Mann. Komm, wie er sich freut. Und jetzt. Boom. Wie Peach abgeschlossen. Auf die Hinterräder durchfragen. Ja. Cool, oder? Ja. Ich bin halt ein ziemlich schneller Flitzer mit Baby Luigi. Ohne Witz. Auf dem Spielzeugauto. Und das ist der Pokal. Ein Goldpokal. Wow. Für uns beide. Den teilen wir uns. Meine Lieben. Bleibt. Katztastisch. Miau.